Bei Warte. So, Edi muss jetzt wieder... Rambogenpistole und... So, du brauchst das wirklich... Tech-Schaden, Waffenschaden... Und ... Und wie ist es? We have not been provided many details sir. I'm picking up chatter from a service squad engaging the supply depot Engaging the scientists And if I'm reading it right sounds like more troops are on the way, okay set us down then get out of here. I need these scientists alive Oh Boy Oh We toll Das langweiligste Squad mit viel MS-Fact 2. Jakob, wie schlecht? Ich werde leben. Ich denke. Das ist Brinn. Wenn Sie mich hören können, kommen Sie in. Das ist jemand da. Das ist Commander Shepard von der Alliance. Der Krieg ist offen. Öffne die Tür. Ist Jakob da? Es ist okay, Brinn. Jakob! Oh mein Gott! Ich bin gut. Die anderen haben es nicht geschafft. Was machst du hier? Ich sollte diese Leute aus dem Elusiven Mann und seine Angriffen. Sie sind weg? Für jetzt. Aber sie werden zurück. Ich bin gut. Ich bin gut. Gareth. Gareth ist jetzt offen, war ein Ninja? Ich bin gut. Ja. Ich bin gut. 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 Ich muss viel Problem sein. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich werde hier raus, wenn du hier bist. Ich versuche. Herr Schäppert, Dr. Gavin Archer, wir haben mit dem Projekt Overlord. Das ist eine Art, die zu sagen. Ja, dann, nachdem du mein Bruder nach Grissom Academy gebracht hast, habe ich versucht, alles hinter mir zu stellen. Ich glaube, du hast keine Nachrichten von dort. Ich habe gehört, die Akademie ist in Ordnung. Ja, ich kann mich sagen, dass ich ein Divide bin. Ich war Grissom Academy. Cerberus hat versucht, die Studenten zu retten, aber David ist okay. Oh, danke Gott. Commander, du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist ein bisschen late, um sich zu beschäftigen, um seine Sicherheit zu sein. Ich habe nie zuhörst. Ich weiß, du denkst, ich bin ein Monster. Und du bist richtig. Es geht nicht ein Tag, wo meine Träume nicht geholfen worden sind, was ich für David getan habe. All das ich jetzt tun kann, ist hoffe, dass er einen Tag mich vergisst. Das kann nur er. Ich muss gehen. Und ich werde nicht sagen, dass es dir wieder gut zu sehen wäre. Ich verstehe. Aber Commander, danke dir, dass du dich schaffst, David. Beide Zeiten. Ich habe es nicht für dich getan. Ich habe es nicht für dich getan. Ich bin, wenn ich einen Moment mache. Und natürliche die Sammlächer von Projekt Mia ist aus dem zweitenischen digamos. Ich habe ja gerade keine Partikel bekommen. Meine Hande handeln stark. Wir werden es machen. Was ist das Start der에게? Die Geräte sind die Gunen? Ich habe es noch die besten. Ich habe meine beste Leute auf. Wie viele Wissenschaftler sind hier? 43, plus die Fokus auf die Forschung. Wo sind Familien hier? Dumme Frage. Wenn die nicht da sind, dann wird Cerberus sie töten. Oder als Druckmittel einsetzen, je nachdem. Oder beides. Das Geheimnis wird sicherlich geschätzt. Ich habe es gedacht. Wir haben so hart versucht, dass es hier nicht kommt. Was ist die Wahrheit? Ich kann nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich es hier nicht kann. Ich gehe auf der Ruf. Cerberus landet ein Shuttle da ein paar Minuten. Du bist in? Jakob, du bist verletzt. Ich verletze die Schäden. Kein Weg. Diese sind meine Leute. Ich gehe. Nur weil du eine Suicide Mission überlebt, bedeutet nicht, dass du zwei bekommst. Ah, gut. Aber ich werde dich von hier überreden. Cerberus ist wahrscheinlich der Satellite-Link. Radio mich, wenn du die Kontrollen gefunden hast, und ich gebe dir den Überreide-Code. Ich muss ja zugeben, Brynn ist ziemlich badass dafür, dass sie keinerlei militärische Ausbildung hat oder so. Aber sowas in die Ruhe zu bewahren... Boah, was sind das hier für Tri-Aim-Jobs? Hey, bist du okay? Wie warst du? Gib uns einen Moment. Das ist verrückt. Ich glaube nicht, dass ich dich wiedersehen würde. Ich weiß das Gefühl. So, wie warst du eine Gun-For-Hire? Lange Geschichte. Es war eine Möglichkeit, die ich nicht für die Leute, die ich bin, um zu interessieren. Du bist gut. Du bist gut. Das sind großartige Leute, die ihre Ideen zu retten. Ich mag es. Ich glaube, dass ich das, was ich tun soll. Ich muss mich auf diese Leute ausführen. Du bist. Wir gehen. Oh, okay, das sind keine Reden. Oh, okay, das sind keine Reden. Okay. Also gut. So. Jacob this should be back online now Oh, hey Dann halt hier rauf Was? Wo ist der Typ? E.D. E.D., I need you to fix this I will make the repairs Ready, Garrus? Let them do their worst Lauft mir ja schön alle vor's Geschütz Habe ich überhaupt kein Problem mit How are the repairs, Captain? Warpheim is quiet Na komm, E.D., mach mal ein bisschen schneller Das konnte nicht E.D. tun Ach, die sind in der Reihe geschaltet Wer macht denn sowas Power restored Second reset Guns operational Shepard AA guns are back online Copy that Let's get these people out of here Okay The guns are already picking Cerberus ships out of the sky Where are we at? On track First shuttle is already loaded with everyone under 16 Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost We could go now There's no do-overs here Agreed We get one shot And we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause Your call All right Let's get these shuttles in the air Evacuation is go Evacuation is go Stand by for shuttle launch Have the guns punch a hole in the perimeter Then launch shuttle one Shuttle one is away All right Everyone here head to the shuttle bay Suicide fighter took out one of the guns Cerberus troops are Get those people out of here Die meinen's ja echt ernst Shepard Shuttles are loaded We need you at the landing area to make sure they get away I'll meet you down there Double time it Clear the shuttle bay first so we can bring the door up Then get out to the landing pad Understood Jacob, bring up the main door Got it Shepard, will do Here we go Okay, let's get these people out of here Take out that shield generator Ist doch schon erledigt So, den auch Enemy shuttles on either side I have a visual Here we go I have a visual I have a visual I have a visual Verdammt, ich wollte eigentlich die andere Fähigkeit benutzen. Das war die letzte Fähigkeit. Shepard, heads up! The place is overrun. We gotta go. Headed to you with the shuttle. Understood. So, ihr zwei. Wie, die hast du die Verteidigungsmatrix nicht an? Jacob, landing area cleared. This place is crawling. Bring the shuttle to you. Roger that. Back home, tank home. We're going to the squad to underground. Tank down, Schupper! Shepard! Commander! Okay, let's go! Out by the skin of our teeth again, hey, Shepard? Nice to see you back in action. Yeah. Feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive. But because of you, we got almost everyone. Thank you. Dr. Cole, I have a request. One you can't afford to turn down. I need your help against the Reapers. Without a doubt. I'm at your service. And I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Of course. But I wouldn't mind staying with these folks.